Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video, S19. Ja, ihr wisst, habe ich euch schon mal ab morgen gesagt, bei dem Video hier stehen, dass es wieder um meine Mundvorstellung geht. Ähm, nun sieht man das Spektakel von heute Morgen mit den Ballen. Ja gut, äh, dazu sag ich mal nichts. Ähm, so. Wir gehen unter Traktoring, dann unter Mitteltraktoring, das sieht man, 8 Mal Mario, TMF, 1. Generation, schätze ich mal. Ähm, das sieht schon cool aus. Wow. Nein, okay, ne, ne. Äh, Texte. Dann können wir noch mal das nehmen. Und für die Freunde hier unter meinen Zuschauern nehmen wir noch mal die Farbe. Äh, die Farbe, was ist laverig? Ähm, die Reifen, natürlich. So, ähm, Das ist jetzt egal, wenn ich nicht fahre. Ich fahre, weil mir der gut gefällt den. So, ähm, ich finde, sieht ja so aus. Ganz cool. Anhören. Oh, das springt schnell. Äh, Ja. Ja. Mal sagen, Blinker. Das ist ja logisch. Licht. Licht hat er auch. Äh, die war Filmen unter FPM. Link ist mal wieder eine Videobeschauung, so wie immer. Hupentests, wichtig. Weil, ich meine die Traktorhupe natürlich. Äh, okay. Äh, das wird hat 58 Gmh, hat ähm, bei 100 PPPPS. Er hat nur 200. Äh, ja. Was soll man denn dazu sagen, zu den schönen Fenwayer 820. Ist halt ein cooler Traktor, wie ich finde. Ähm, ja. So sehen wir von hinten halt aus. Sieht gleich aus, ja. Ähm, es gibt's noch zu sagen. Na, also, äh, wie schnell kann diese Traktorhupe äh, 180 Euro, äh, pro Tag halt, unterhalts, 170 Liter generieren. Da wird auch einiges ausschlucken. Ähm, der Preis NT of the 300, äh, 200. Nein, kommt man nicht. Ja, so. Ja, ist halt. Äh, ja, schöner Traktor, wie gesagt, lenke in der Infobox. Äh, lenke in der Infobox. Ja, klar, lenke in der Infobox. Mann, ist Sonntag. Ähm, ja, das war's für die Samadvorschläge. Wir sind zwar nächste Mal dran, schönen Tag noch. Und, das ist noch ein bisschen da. Ciao.